jollo und herzlich willkommen zu einer neuen folge league of legends rank it ich spiele mit ari ja warum auch immer keine ahnung hatte ich gerade einfach bock drauf ich habe sie seit 100 Jahren nicht mehr gespielt aber glücklicherweise ist das ja einer der champions an dem nicht viel bis gar nichts verändert wird nur leider spiele ich gegen morgana die ultra fucking 9 ist wegen ihrer kack weh kann die immer pushen immer gut meine kuh ist auch gut zu pushen aber ihre w ist krasser weil sie theoretisch allen sechs minions gleichzeitig gleich viel schaden machen kann und das ist einfach ziemlich op außerdem nervt die später mit dem black shield übel zwar die kann theoretisch alle fähigkeiten die sie stannen sollten blocken und das ist auch ziemlich nervig wenn man sie nicht support sondern mit kleiner ist weil es sehr wichtiger sie zu fokusen dann macht sie die sachen also ihr black shield immer auf sich und dementsprechend wird schwieriger sie zu auch verkackt naja ja elo update weil die meisten wissen es wahrscheinlich eh nicht mehr weil die letzten folgen ja doch eher spärlich kamen jetzt momentan gold 3 gerade wieder ein game verloren 55 punkte sollte ich jetzt gerade haben ja ich war ja sogar schon in der promo zu platin aber wir wissen alle wie das ist das ist bullshit die neuen änderungen und so weiter in den champions ich bin überhaupt nicht up to date ich habe eigentlich keine Ahnung ob es momentan gerade op ist nur aus den sachen heraus was halt alle sagen oh ben fiora ben fiora ben fiora und so weiter kann man halt sagen okay sind nicht schlecht und ein paar von den champions habe ich jetzt auch wieder doch ein paar mal gespielt also fiora habe ich mir zum beispiel gestern mal angeschaut was da jetzt eigentlich so komplett anders ist und ja gut kann man schon mal bannen das ist why hier ist aber extrem schwer gegen die in opening zu finden sie hat zwar keinen mana aber trotzdem nein OMG Ignite ist nicht drauf gegangen na wobei es hätte vielleicht gar nicht gereicht naja es hätte wahrscheinlich gar nicht gereicht aber trotzdem ja das ist halt der nachteil wird die ganze zeit über jeder wave ein bis zwei mehrere weh gemacht hat natürlich extrem viel mana gekostet und jetzt hat es noch ihren flash gekostet und ich habe noch nicht mal einen keks aufgebraucht ja ich war mir jetzt nicht ganz sicher wie viel das black shield kostet ähm aber die hatte ja wirklich die hatte vielleicht noch keine ahnung 50 mana oder so ich meine dass ich das da nicht mehr machen konnte war eigentlich klar so dann gehen wir mal weg wie sieht es farmmäßig aus ist sie wahrscheinlich vor mir ne ich bin tatsächlich vorne loll loll nice ähm ja ja ich bin eigentlich nicht so der fan von morellonomikons 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 morellonomikon uuuh jetzt drin haben wir ja nicht jungler ja genau passt lassen wir hier noch rum switchen ne so so jetzt passt es sehr schön ja ich bin übrigens noch erkältet deswegen höre ich mich so komisch an das auch mal zu sagen ähm aber keine ahnung die erkältung geht einfach nicht weg ich bin jetzt seit über einer woche erkältet und das ja irgendwann muss man ja wieder anfangen aufzunehmen und ich habe jetzt schon die ganze zeit gesagt es sollte mal wieder loll kommen und ich hatte auch die ganze zeit eigentlich wieder lust aufzunehmen jetzt durch wollt sind sie so voll motiviert und dann ist die erkältung einfach immer noch da aber noch geht es ist nur die frage wie es nach wie es in 30 minuten aussieht mal gucken im winter werde ich dann einfach ein bisschen weniger reden mal schauen was hatten die eigentlich gekauft zwei dorans also halt einen zweiten dorans ja äh Boots hat sie sich auch geholt ja keine ahnung mit so wenig goldback zu gehen habe ich nie lust drauf aber ich meine wenn die halt back ist ich kann halt nicht auf der lane bleiben ich meine ich hätte ein bisschen schaden zum tower machen können äh am tower machen können aber ganz ehrlich das hätte es jetzt nicht wirklich gebracht alter wie ich die gerade natze oh ich bin level 6 und sie hat kein flash jetzt muss ich nur schauen dass ich das richtig anstelle weil riven ist halt hier tja und die war anscheinend lowlife ja aber ich habe halt gerade meinen eigenen kampf gekämpft doch laber doch keinen die war full life ey come on ja aber die weiß dass ich level 6 bin und sie keine chance gegen mich hat oh die war full life wenn sie jetzt lowlife gewesen wäre hätte ich gesagt okay aber ich habe halt gerade echt gegen morgana gefightet ey ich hasse sowas weil das ist halt immer genau dann passiert wo du mal fightest ne das problem ist wenn ich jetzt ulte ich habe so schiss dass ich meinen charm verkacke und dann lacht mich jeder aus ja wobei es so leicht zu treffen ist der charm halt auch einfach nicht vor allem nicht gegen blacksheet weil selbst wenn du ihn triffst da kannst du ihn einfach blocken das ist mega behindert und ein bisschen predikten wo die hinläuft muss man ja auch also es ist es ist nicht so einfach und sie ist jetzt eh back vielleicht probieren können die crab zu stehlen aber ich weiß nicht der sieht irgendwie gefährlich aus so das einzige gute ist ja das mit farm vorteil immer größer wird mittlerweile schon 20 das heißt ihr backgehen bringt jetzt mittlerweile gar nichts weil sie kriegt überhaupt kein gold ich meine jetzt hat sie gut okay der ward ist natürlich nicht schlecht aber ja jetzt hat sie mehr leben gekauft und im endeffekt habe ich immer noch full life full mana also wirklich effektiv ist das nicht was sie da macht snowboilen kann man das glaube ich nicht nennen weil es halt bisher items sind die ja eigentlich gar nichts bringen gut der zweite dorans hat halt einen kleinen damage vorteil aber naja der ist jetzt auch eher gering das geht unten ab oh fuck es steht schon 3-0 für uns übrigens das habe ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen der voli bär geht ein bisschen ab aber auch nur ein bisschen man nervt die mit ihrem gepusche das ist so unglaublich ah ah jetzt muss ich aufpassen ah das war so klar das ist was was ich an ari liebe diese ulti einfach nur du kommst vorausgesetzt du bist nicht sofort gestunt kommst du eigentlich immer weg und du flashest on also das ist das ist was was ich an ari einfach nur liebe ähm ja kaufen wir trotzdem eine rüstung für den trinder mehr ja war jetzt ein bisschen blöd dass mich äh dass die mich so hart ja fertig gemacht hat ja kann man nicht anders sagen naja also ich machte das ist jetzt halt der vorteil obwohl sie einen zweiten dorans hat das ist eigentlich ein damage vorteil hat sie eigentlich überhaupt kein damage gemacht also ich meine ich hab alles abbekommen was sie auf mich geschossen hat und hab's easy überlebt weil Ignite war ja auch noch dabei ähm von daher ja und sie einfach nicht aufwärts zu pushen naja gut würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht in der wäre Situation das war jetzt aber ziemlich schlecht meine liebe Morgana das war pretty lame naja naja aber jetzt hab ich kein farm vorteil mehr leider naja gut wir auch ich meine ich war ja back und sie nicht also naja und tschu ja ok drakerino die ist eh nicht da die Morgana ja fangt doch an boys was machen die denn mach doch den drake boah jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr machen what the fuck der Jinx LOL wie die Ulti einfach durch vier Leute durchgegangen sind ach du scheiße oh man war das schlecht oh man ja komm gg Jinx kriegt im besten Moment ein disconnect und ja keine Ahnung warum ich da jetzt rein bin ja ich wurde so ich wurde mitgerissen von why ihrer ultimate ich weiß auch nicht naja egal wenn die jetzt dauerhaft ein 300er ping hat beziehungsweise jetzt nicht mehr mitspielt ist das game die lost das ist wie immer halt ne es ist wirklich so du startest ein rankit und willst es endlich mal wieder aufnehmen und genau sowas passiert immer 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 naja zum Glück habe ich ja so viele Punkte nicht naja gut 50 ist tatsächlich gar nicht mal so wenig kann man eigentlich drei games verlieren bis man wieder auf null ist in der regel von daher geht es tatsächlich sogar noch aber ich muss halt einfach mal sagen das ist halt wieder so ein scheiß Trick wir sind da zu viert die Midlane ist nicht da der gegnerische Jungler ist auch nicht da die haben Gegner scheinen keine Vision drauf zu haben oder sind erst unterwegs wir hätten den 10 mal machen können den drag aber die machen den halt einfach nicht stattdessen wardet die da beim Blue Buffet erst stehen sie da 5 Minuten im Busch fangen nicht an und dann läuft die nochmal zum Blue Buffet und dann machen sie gar nicht Drake also manchmal muss man schon echt sagen dass das so ein Bullshit ist was die hier manchmal fabrizieren und ich meine das ist Gold und ich meine das sind halt einfach Decisions die so ultra bad sind mein gut was ich da gerade rein bin vor allem mit Zero Damage ich meine man hat es ja gesehen mein Charm Charm der war gar nicht mal so schlecht der hat glaube ich sogar den meisten Schaden gemacht aber meine Ulti hat einfach wirklich gar nichts gemacht ich meine gut die Ulti ist auch nicht direkt so im Damage stehen eigentlich Alter wie lange das hält man also das Blacksheet das ist echt erneuung da wird das Immun gegen einfach alles das ist ja sowas von fucking ne ich meine klar man kann es ja zerstören der muss einfach nur Schaden machen dann äh Magie Schaden machen besser gesagt ähm dann geht es ja weg aber trotzdem das ist schon das ist echt OP oh oh puh das war jetzt close sie trifft halt immer ihre Qs wenn ich es überhaupt nicht erwarte und wenn ich es einfach erwarte ballert sie sie halt übelst daneben so wie vorhin eigentlich da hat sie sie auch übelst einfach komplett in die andere Richtung geschossen naja das einzige Ding ist ja dass ich jetzt kein Mana mehr habe sonst könnte ich schon noch riesig auf der Lame bleiben ähm ah fuck äh wie sieht es farmmäßig aus 96 zu 93 not so gut ja das einzige Ding was ich bei Morelos halt wirklich richtig richtig schlecht finde also das Item ist ja für das Gold was es kostet eigentlich ziemlich genial aber ganz ehrlich ähm die Mana Region von dem Item ist einfach katastrophal also im Vergleich zu Träne oder ähm ähm Keich äh Graal meine ich also Keich ist die Vorstufe aber Graal dann halt insgesamt wenn man es fertig hat ähm ja bringt halt einfach so ultra viel Mana Region beziehungsweise so ultra viel Mana bei Träne an sich das ist halt einfach nur saugeniales und keine Ahnung Morelos bringt so ultra wenig das kostet mich voll an man hat es ja gesehen ich war grad übelst low bei Mana hab die ganze Zeit Lastits gemacht mit Dorans und trotzdem äh ja überhaupt keine Mana Region warum ich überhaupt nicht klarkommen muss wieviel Schaden die haben wir schon mal in Tower gemacht das war vorhin als ich da einmal back war und die Wave schon am Tower war das war heftig das hat extremst viel Schaden gemacht weil ich glaube da hat sich zwei oder drei Waves an den Tower gepusht ich würde sie jetzt so gerne markieren aber ich weiß halt dass ich es nicht kann erstens war nicht genug Schaden und zweitens ist ja immer noch ihr dreckiger Black Shield eigentlich bin ich relativ zufrieden Alter schaut euch diesen Push an man es geht halt natürlich auf die W hoch ja ich mein das ist ja logisch aber trotzdem es ist mega nervig ja ich weiß nicht für andere Lanes roaming und sowas war ja noch nie gut deswegen spiele ich eigentlich auch keine Midlan also schon aber halt ich spiele eigentlich fast nur AD Carry AD Carry und Support solche Qs zum Beispiel einfach nur so ultra easy zum Dodgen du gehst einfach einen Schritt nach links und bam bist ausgewichen WTF WTF loja danke für den Freaky oh aber das war jetzt nicht so gut du tankst den Tower Mädel Alter ist die war dämlich man die hat den ganzen Tower getankt die hat 4 Tower Shots getankt von Full Life auf Tod von Tower so dämlich einfach nur und sie ist einfach nicht raus gelaufen ein Sidestep nach links und sie wäre draußen gewesen das hat es nicht gemacht aber da wäre ich jetzt nicht mehr weggekommen Flash nichts gebracht ich war in der Ulti von Morgana hatte keine Ulti Stacks mehr und TP und Riffen äh TP und Riffen ja Riffen hat ja TP das war ja das Ding so ja aber der Trash Freaky war ganz nice aber dass dann das ganze Team kam das war nicht so nice ja mein dass zumindest Jinx kam kommt äh nicht Jinx Catelyn noch kommt war ok aber dass halt eigentlich alle kommen ja kann man nicht schlecht wissen mein gut ich habe keine Worts aber genau gespielt das haben die wenigstens zu der Minuten Zahl wobei ich hätte das Worts Trinket mal aufwerten können oder sollte ich jetzt dann irgendwann mal machen ich habe auszusehen den Dings genommen weil ich jetzt habe vorhin Support gezockt da sind meine Worts immer auf 7 ähh Machen die denn jetzt eigentlich oder Leute oh oh oi da nein Wo ist denn Catelyn da hinten? Oh ne Witze Da probiert man die zu fokusen Und dann Nein Oh ich liebe dich Ich liebe dich AriQ Wie sie nicht verschwunden ist Obwohl ich gestorben bin Oh man da ist das Spiel einmal unfair Und zwar zu meinen Gunsten Ich liebe es Das ist wirklich das allererste Mal Dass das Spiel so richtig unfair ist Und das zu meinen Gunsten Weil eigentlich wenn Ari stirbt Müsste die Kuh ja verschwinden Technisch gesehen Weil die Kuh ist ja irgendwie Ja gut okay die Kuh an sich eigentlich nicht Aber der Orb ist ja eigentlich dieses Ding Achso Trinderwert auch TP Aber das vorhin vielleicht sogar gar nicht mal Falsch gesagt was ich gesagt hab Weiß ich jetzt nicht Ich hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet Wer in TP Das wär's vollkommen egal Wo ich war so oder so tot Aber Ja gut dann war's vielleicht sogar ich drin Aber ich weiß es nicht mehr Ähm Was wir jetzt sagen Naja wegen der Kuh Eigentlich der Orb den hat sie ja immer Das heißt wenn sie stirbt müsste er rein theoretisch eigentlich verschwinden Ähm Aber da das die Kuh war wiederum eigentlich nicht Also ja es ist wieder so ein Streitpunkt Da könnte man jetzt vieles sagen Könnte beides richtig sein Könnte beides Schwachsinn sein Ja Es sind halt diese klassischen Läuffehler einfach nur Die eigentlich komplett klar sein sollten Aber in dem Spiel einfach Man weiß nicht ob es jetzt verbuggt ist oder ob es so gehört Traut sich aber ganz schön was Ah das heißt dass sie nicht alleine ist Cold bait Alter Alter lass dich halt von jedem Hook treffen Mädel Heilige Scheiße Mann Holy fucking shit ey So schwer ist es dann auch wieder nicht ja Nice Wenn das dann zerstört Riven unsere ganze Base Es ist doch wieder so typisch ne Jetzt verliere ich nur weil der Kerl leckt man Was ist das für ne Fairness einfach in dem Spiel Oh jetzt ne Ulti Wäre auf jeden Fall not bad No Ich hätte noch ignited hätte Aber war gar nicht nötig Ja das fuckt echt ab Ja Ein paar Leckerbissen hier Ich denke mal der Kerl hat noch Röthie Oh 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 Lol That Flash come unexpected Unexpected Nice Ich hab ein Bluebuff Wuhu Bluebuff Yeah Sorry Das ist der erste Tower den wir in dem Spiel zu stellen Wow What the fuck is going on Ey aber ich keine Ahnung Aber irgendwie ist es wohl zu unseren Gunsten ausgegangen Glaube ich Geht halt weg man Ich glaube ich baue erst Sonjas irgendwie Habe ich das Gefühl dass ich das brauche Wir hatten der Tower noch Ah ja geil Okay sie ist echt weg Ich dachte die wartet da jetzt Ja gut Noch ist ja eigentlich nichts verloren Aber ich weiß ja nicht ob das noch stimmt mit dem 300 MS Ich meine gut vorhin hat man es übelst gesehen Das war der klassische Disconnect Sie hat irgendwas gedrückt und dann kam Disconnect Und sie konnte nichts mehr machen Der Charakter hat von der Tower Automatisch Noch die letzten Befehle ausgeführt Und dann ist er stehen geblieben So wie es halt ist beim Disconnect Ähm Bis halt dann beim richtigen Also wenn dann wirklich die Verbindung komplett weg ist Bis dann halt auch Ähm Der Char in die Base zurückläuft Der Char Ähm Aber jetzt weiß ich halt nicht mehr Das sieht man ja schlecht Ich meine da könnte auch einfach eine Scheiße labern Weil vorhin war es vielleicht wirklich so Jetzt spielt man vielleicht einfach eine schlechte benutzt Als Ausrede Man weiß es nicht Man weiß es nicht Naja Ich habe auf jeden Fall ultra weniger MP Daran musste man mal was ändern Weil die Morgana auch nicht sehr viel mehr hat Eigentlich dürfte sie sogar weniger Oh Alter Na gut Hat vielleicht keine AP Aber die komplette Doch sie hat tatsächlich 39 mehr als ich Warte Hm Komisch Ich hätte gedacht Das Stab der Zeiter der Morellos Genau gleich viel bringen 80-80 oder Ah ne Ah Stab der Zeiter Der bringt 100 auf voll Okay Okay Dann war das mal ein Fehler Ja wir haben halt den schlechteren Teamfight Naja gut Eigentlich haben wir überhaupt kein Teamfight Also wir haben mit dem Standard Jeder ballert seine Scheiße rein Teamfight Und die haben halt eine Morgana Ulti Eine Trash Ulti Und wir haben einen dämlichen Bär Der einfach so Reingeht Ah fuck Jetzt habe ich gerade Charme Ich weiß es nicht Also ich probiere meinen Charme schon auf Caitlyn zu machen Weil ich glaube Morgana What the fuck Selbst wenn Ich sehe Charme Dass dann Ja sie hat halt so ultra viel Leben Und gut jetzt gerade noch nicht Aber später dann auf jeden Fall als die Sonjas Was halt schon nervig ist Oh shit Ach come on Genau Er trifft das gesamte Spiel Keine Kus Und dann macht sie solche Dinge Ist mal wieder typisch Ne Das macht Jinx Der eigentlich Achso Woli wäre es auch noch bei mir Ich dachte schon Die chaste alleine drei Leute Und die rennen tatsächlich Voll hier weg Das sieht zwar ein bisschen weird aus Alter Ja komm ey Das ist doch bullshit man Das Spiel sieht gleich aus Die sind an zwei Inhibitor-Türmen dran In 25 Minuten Das sollte nicht wirklich so sein Sollte man ihm vielleicht mal helfen Ich glaube nicht dass der Cait sterben wird Geh heut drauf Mensch Ich bin doch da Ja komm die gönne ich mir jetzt Nein Ach komm ey Nami Die hat fünf Kills die Nami Alter Das hat die schon die ganze Zeit gemacht Ich meine es ist sicherlich nicht mit Absicht Aber es riegt trotzdem übelst auf Wenn du das Spiel eh schon übelst tat Am verlieren bist Oder naja gut Übelst tat vielleicht jetzt auch wieder nicht Aber auf jeden Fall Am verlieren bist Dann nimmt der Supporter noch alle leckes Nein OMG Wenn das jetzt eine Vier-Mann-Kuh geworden wäre Dann hätte ich sie alle vier gekillt Also hin und zurück Zumindest Ach come on Oh ich hab gleich ulti-reset Nein Ach dieses verfickte Scheißspiel Alter Was ist denn das man Surrendert jetzt Oh Elendiges Piss-Game Oh Mann Alter Der Gegner hat einen Turm zerstört Sehe ich jetzt zuerst Aber ziemlich erbärmliches Voli-Bärs-Farm Der ist 70 hinten Mh Naja man kann jetzt nicht alle Schuld Auf die Jinx laden Aber es ist halt einfach Man braucht halt jemanden Den man die Schuld gibt Und ich meine Wenn man selbst 4,5 hat Und 170 Farben Weiß halt nicht Ob man da Schuld ist dran Dass man verliert Ich meine schaut euch das an Die sieht da 3 Gegner Rechts neben sich Und farmt Ich meine was soll denn Der Scheiß-Trick einfach nur Ganz ehrlich Bin ich da jetzt schuld Dass wir verlieren oder was Habt ihr das gerade gesehen Die Y Sind 4 Gegner neben ihr Die aus irgendeinem Grund Einfach 100 Jahre warten Bis wir auf sie Geht drauf gehen Ja Und ich bin schuld Oder was ist das Wir verlieren Die Caitlyn ist so geistig Behindert Wie wir gegen sowas Verlieren können Ich verstehe es nicht Ich muss aber zugeben Ich mache schon Geilen Damage Wir verlieren des See ist vollkommen egal was wir machen Das ist nur eine Frage der Zeit Und so kriegen wir wenigstens mal ein paar Kills Ich meine das war jetzt ein Shutdown für mich Besser ist wenn noch Nami 10 Shutdowns bekommt Ich meine Kann man vielleicht sogar noch mal was anfangen mit dem Gold Wenn ich habe jetzt 2 Items Morgana hat gleich 3 Na na gut okay Ich habe jetzt auch dann gleich 3 Was macht Jinx What the fuck Wie kommt man da überhaupt hin Als AD Carry Das ist Positioning meine Freunde Das ist Positioning Lol Jetzt ist tatsächlich gar nicht mehr so schlecht gewesen Weil die einzigen die da waren Trash und Caitlyn waren Und hinter die kann man als AD Carry ruhig mal gehen Nein Oh shit Baron Boys Baron Boys Baron Ich hasse das man In Ranked mag das vielleicht funktionieren Erst noch den Tower pushen Dann Baron Aber im Solo View Es funktioniert nicht Einfach Baron machen Siehste Und jetzt ist der Jungler tot Man ich hasse dieses Big Spiel Man mach doch einfach mal Baron Es ist so unglaublich man Es ist wirklich Es ist Alter schaut echt Hätten wir jetzt einfach Baron gemacht Es ist unglaublich Da flame ich jetzt sogar mal Und ich mute die jetzt auch alle Ich habe auch keinen Bock Auf dieses scheiß Gelaber Einfach mal Ey wir killen die Die einzige Chance zu gewinnen Ist den Baron zu holen Und die machen den Tower Und sterben Vier gegen eins Tower Dive Und sie sterben Es ist unglaublich ey Und mit nem High Ping Da machst du doch erst recht lieber Baron Wo du eh ein Auto Tags machen musst Die Gegner sind alle tot Als zu Tower Diven Ne was machen die Ne ich Tower Dive lieber Also ohne Scheiß ey Das ist echt unglaublich Wir hätten jetzt Baron und Drake Bekommen können Und was haben wir Wir haben den Gegner zwei Kills geschenkt Und gut okay Wir haben den Tower Aber ja der Tower ist auch so wichtig Ne Der bringt uns jetzt auch so viel Weil wir jetzt easy den Hiwito pushen können Auf jeden Fall Oh was eine Überraschung Mein ganzes Team ist mal wieder tot Wow Macht so viel Spaß Dieses Spiel Beziehungsweise Es ist falsch gesagt Nicht dieses Spiel macht so viel Spaß Sondern diese Runde Meine Team jetzt einfach mal wieder Komplett geistig behindert sind Das war das mit der Frage der Zeit Bei zwei Nibiton down Der Trin da mehr Der ist halt Jungler Und ist so hart gefühlt Das ist unglaublich Ach ich hab ja Sonnias Warum Flash ich Verdammt nochmal Come on Die Kuh ist nicht mehr rausgegangen Es wäre ein Double Kill geworden Na egal So oder so lost Oh Leider bin ich jetzt noch negativ Fünf sechs Na egal Einfach nur richtig behindert ist Also Es sah die ganze Zeit schon schlecht aus Ja Report Jinx auf jeden Fall Aber Dieser Baron Ja Ich meine sicherlich Wir hätten dadurch jetzt wahrscheinlich Sehr Wir hätten dadurch sehr wahrscheinlich Jetzt nicht einfach so gewonnen Aber ganz ehrlich Wir hätten dadurch auf jeden Fall Eine große Chance Also erstmal hätten wir Jeder 300 Gold bekommen Und danach hätten wir auf einzelnen Lanes ein paar Tower weg pushen können Und wir hätten Und wir hätten zumindest ein paar Minuten lang Ähm Ich hab gerade auch so gesehen auf OK gedrückt Dann entbringte mich die Aufnahme ab Und wir hätten Ähm Ja zumindest ein paar Minuten Ruhe gehabt Dass die auf jeden Fall nicht mehr so hart reingehen Weil wir halt ja Ähm Sehr wahrscheinlich Ähm Ein Teamfight gewonnen hätten Ne Aber Naja Schau ich mir in Ruhe H2K gegen BKT an Ich bin sehr Mir ziemlich sicher Dass der H2K gewinnen wird Weil H2K ist auf jeden Fall besser als die Also BKT Und PNG Also Pain Gaming Und Bangkok Titans Die waren bisher so richtig scheiße gespielt Das ist wie Bronze gegen Diamond Also es ist wirklich krass Wie schlecht die sind Beide Teams Von daher kann ich mir nicht vorstellen Dass H2K gegen die verliert Naja Auf jeden Fall Ähm Ja trotzdem langes Entscheidende Macht's gut aus rein Bis zum nächsten Mal Und ciao ciao